Ja, ist doch gut. So, dieses Video ist vielleicht ein bisschen anders als die anderen. Ich bin jetzt bei den Hühnern zu Hause und wie ihr vielleicht gemerkt habt, waren zwischendrin schon ein paar andere Videothemen als normalerweise drin. Das ist einfach daran, dass es jetzt Herbst ist und ich dadurch keine Kunden mehr habe bis zum Frühjahr. Das heißt, es ist jetzt quasi Pausenzeit, ich habe nichts mehr zu tun. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal eine neue Videoserie. Ich erzähle euch einfach mal in den nächsten Videos ein bisschen Gedanken, die ich mir gemacht habe, die mir gekommen sind bei der Hühnervermietung. Viele von euch wissen vielleicht schon, dass ich auch Christ bin. Ich finde, an Tieren und an der Natur kann man sehr viele Sachen sehen, die Gott uns vermitteln möchte. Gott hat in der Schöpfung total viel gemacht, was uns auch zeigen kann, wie er ist. Was wir als Gleichnisse betrachten können und so ein paar Gedanken, die mir einfach gekommen sind mit der Vermietung, also mit der Firma, als auch einfach an den Hühnern, werde ich dann in den nächsten Videos mal ein bisschen teilen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.